Nochmal. Okay, jetzt machen wir's. Vergewaltigen wir mit der Feuerroute, wenn ich mich mal treffen würde. Oder wenn ich mal die richtigen Tasse finde. Nein, natürlich gelegt mir ein Treffer mit der Feuerroute nicht. Das ist... Ach Gott. Ach Gottchen, zwei Treffer. Ja. Brauch ich noch zweimal zu treffen? Oh, dann bin ich Geschichte. Okay. Nein. Ach Gott. Ach Gott. Okay, noch mal. Oh nein. Okay, jetzt aber... Nein! Nein! Der ist fies und gemein und kann den hier... Nein! Ja, lass mich in Ruhe. Das ist krank! Das ist krank! Geh weg von mir! Scheiß böser Butterf... Ich hasse diesen Boss. Der Boss kann nicht mal. Jetzt... Okay, jetzt treff. Treff du auch. Gut, alle haben getroffen. Gut. Nein! Ah. Ich kann's nicht... Ich kann's nicht. Ich kann's nicht glauben. Könnt tu ich's auch nicht. Ich will da nicht noch mal hinlatschen. Ich will da nicht... Wie hat's denn? Wie hört's denn? Wie so? Eins. Zwei. Drei. Vier. Aha, nochmal. Ich will jeden Treffer genießen, den er kassiert. Gut, jetzt muss ich mit dem Schwert draufkloppen. Wow. Warum mach ich's mir so schwer jetzt gerade? Das können wir besser. Das können wir besser. Wow. Das können wir viel besser. Das können wir... Wie oft ich getroffen... Wie oft muss er eigentlich noch getroffen? Nein! Danke. Okay, den nehme ich hin. Den nehme ich nicht hin. Den nehme ich... Ah. Ah. Wie lustig ist der Boss. Ah. Oh, scheiß Safestate. Ah. Gut. Toller Sieg. Bin beeindruckt von mir. Okay, die labern nur den Scheiß, wie die der letzte auch schon gesagt hat. Ja, ich muss... Hab ich alles verstanden, ja. Nehmen Sie mich voll Energie. Okay. Damit wäre der... Tempel geschafft. Das war nicht... Ehrenhaft, aber... Was soll's? Ach ne, jetzt kommt ja der vierte. Den werde... Ich werde noch in die Stadt laufen und dann... Schluss. Nein, ich will nicht mehr. Äh, äh. Werde ich nicht mehr machen. Heute. Warum bin ich da reingelaufen? Kann mir jemand sagen, warum ich da reingelaufen bin? Ich hab grad nicht auf das Spiel geachtet. Ich war in Gedanken versunken. Geh' mir mal hier rein. Was ist hier denn bitte? Hier muss doch irgendwas sein. Wow. Hier ist nichts. Oder ist in der Mitte was? Das werde ich mal mit Safe-State testen. Nein. Raus hier. Der Raum ist scheiße. Den Raum gibt's gar nicht. Der ist weg. Bitte stirb. Danke. Stirb. Danke. Du bist gestorben. Warum mach ich das? Was ist das? Das, äh, das, äh. Kälber. Ich war dir verrückt. Nein, heute bin ich nicht mehr in der Verfassung, um es zu spielen. Mit diesem unnäherrenhaften Sieg. Von dem Boss. Nee. Aber ich glaub, das System behalte ich. Mit The Legend of Zelda eine Folge pro Tag. Und... Und dann hast du das Zombies wie gewohnt. Wenn ich Lust hab. Wenn ich Lust hab, dann lade ich von... Wenn ich... Ja. Stoffe jeden Tag. Warum nicht? Okay. BAMS. Okay, wo sind wir jetzt? Oh! Geister! Ich will hier... Hier will ich... Sack, danke. Und ab in die Stadt. Njum. Gab's hier was? Gab's hier was? Ich glaub, wir konnten noch ein bisschen. Ich glaub, ich geh nicht erst mal in den vierten. Ich geh erst in den fünften. Ich hab keine Lust auf den vierten. Da rüste ich mich doch lieber in den fünften. Und zwar hier. Und zwar hier. Zack. Obwohl im vierten... Gibt's ne... Naja, so viel will ich nicht spoilern. Hm. Oh. Nix durchkommen hier. Okay. Nix durchkommen hier. Na... Gibt's hier noch irgendwas besorgen? Ja, hier. Gibt's hier noch irgendwas besorgen? Ja, hier. Und... Ach... Oh, vielleicht ist dein Herzteil drin, ne? Na super. Aber ja, schon jetzt... Jetzt gerade wünsche ich mir das auch so sehr. Ja. Ich glaub, da oben gab's nur noch Minispiele und ein Dieb. Ja, ein Dieb und Minispiele. Und das irgendwas. Da kann man übrigens sich reinglitschen. Aber dann kommt man nicht mehr raus. Doch, kommt man. Okay. Ich fürchte... Das war's für mich heute. Bei Let's Play is a Legend of Zelda. Äh, I like to the parts. Bis zum nächsten Mal, euer Hellrider.